Ja, Glück auf, fällt mir da ein. Der Gruß ist doch auch hier im Saarland geläufig, oder? Ja, mir geht er leicht von den Lippen, weil ich aus dem Ruhrgebiet komme und auch mal unter Tage vor Ort, wie man so schön sagt, Malochtab. Also da war das wirklich quer durch alle Nationalitäten der selbstverständliche Gruß. Ja, auch Geschichte mittlerweile. Ja, toll, wow, das war mein erster Eindruck, als ich hier ankam und den Bahnhof verlassen habe und hier gleich an diesem Haus ihrer Stiftung vorbeikam. Das ist großartig, dass so zentral und in so einem großartigen Haus eben politische Bildung im Saarland betrieben wird. Das ist nicht selbstverständlich. Vielen Dank, Frau Dr. Paul, für die Einladung in Ihre Reihe. Wer sich heute für Nachhaltigkeit engagiert, ist ja Teil einer großen weltweiten Suchbewegung. Und in dem Programm, was Sie konzipiert haben, da wird diese Suchbewegung wirklich wunderbar abgebildet und alle Facetten oder viele Facetten werden thematisiert und auch das ist nicht überall so. Ich wünschte mir, dass solche Reihen wirklich in Deutschland in der nächsten Zeit flächendeckend stattfinden können. Ja, Professor Hellink hat ja schon Ihre grauen Zellen in Bewegung gebracht und mobilisiert. Ich möchte Sie einladen, heute Abend sozusagen einen Schritt zurückzutreten und von dem aktuellen Panorama dessen, was geschieht, an Taten und was an Zielen entwickelt wird, ein bisschen in die Philosophie dieses Begriffes und dieser Thematik einzutauchen, sich mit dem großen Ganzen und Ganzheitlichen dieser Idee mit den tiefen Strukturen des Begriffes zu beschäftigen. Frau Paul hat das ja schon angedeutet, wir erleben gerade einen spannenden Moment von historischer Tragweite. Die Welt scheint aus den Fugen, das wird hautnah spürbar, bis hin auf die Ebene der Menschen, die ihren Garten betreiben oder einen Kleingarten betreiben, die Dürren, die Trockenheit, die versiegenden Brunnenanlagen. Das ist die eine Seite, was in den zwei letzten Jahren, glaube ich, sehr stark in Bewegung gekommen ist. Das Gefühl, das Gespür dafür, dass diese Welt tatsächlich in eine große Krise gerät, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist eine fast explosionsartige Sichtbarwerdung von positiven Energien. Und beides zusammen, glaube ich, ergibt diese enorme Qualität unserer momentanen Situation. Es öffnet sich ein Fenster der Möglichkeiten. Die Engländer und Amerikaner sprechen vom Window of Opportunities, das wir gerade sich öffnen sehen. Denn das war bis vor kurzem noch nicht so weit offen, glaube ich. Und möglicherweise wird es bald nicht mehr in dieser Weise offen stehen. Die alten Griechen sprachen von Kairos, dem günstigen Moment, wo sich neue Möglichkeitsräume erschließen. Prof. Herr Helling sprach von einer Crunch-Time. Ich glaube, das will etwas Ähnliches zum Ausdruck bringen. Und wir haben sozusagen das Privileg, diesen historischen Moment nicht nur mitzuerleben, sondern auch mitzugestalten. Das Wort Kairos taucht jetzt, ich habe es heute während der Zugfahrt in der Zeitung gelesen, in der FAZ, ein Artikel über eine Synode, glaube ich, in Rom von Bischöfen und Ordensvertretern aus Amazonien. Also dem Hotspot der Biodiversität und einem sensiblen Punkt für die Stabilität des Klimas, des menschenfreundlichen Klimas auf unserem Planeten. Und in dieser Synode von Leuten, die vor Ort in Amazonien tätig sind, im kirchlichen Rahmen, da reden sie im Moment in Rom vom Kairos oder in ihrer Sprache, in der theologischen Sprache, von einem Moment der Gnade, wo, so sagen sie es, ich zitiere, der Pfad der Zerstörung verlassen werden kann, wo eine Umkehr möglich ist. Und das angesichts dieser Katastrophen der brennenden und in Brand gesetzten, muss man ja sagen, Teile des Regenwaldes, wo wir ja fast schon hoffnungslos uns diese Katastrophen auf dem Bildschirm ansehen. Die Menschen aus dem Gebiet, die sprechen von einem Kairos, die sehen die Chancen. Der Umkehr, genau in diesem, ja, fast schon, ja, apokalyptischen Geschehen. Diese Synode, und das habe ich heute auch gelesen, nennt sich neue Wege für die Kirche und eine ganzheitliche Ökologie. Auch das finde ich äußerst spannend, ja, ganzheitliche Ökologie. Ich würde das übersetzen mit ökologischer Nachhaltigkeit. Alle reden von Nachhaltigkeit, so hieß das ja auch in der Ankündigung der Veranstaltung. Ich möchte das ein bisschen, ja, differenzieren. Das Thema ist im Mainstream angekommen, zweifellos, und das ist gut so, das ist enorm wichtig. Aber was im Moment zurücktritt, ich weiß nicht, ob Sie das auch beobachten, ist tatsächlich der Begriff der Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit, alle reden von Nachhaltigkeit, indirekt, aber direkt reden sie vom Klima. Zitat auch aus der Zeitung von heute, die Klimakrise ist die große Herausforderung der Menschheitsgeschichte. Das haben die bayerischen Grünen-Vorsitzenden in seinem Interview so definiert. Und das ist, glaube ich, auch Konsens, ja, mittlerweile auch in Regierungskreisen. Wir reden von Klimapolitik, von Klimaaktivisten, von Klimawende, von einer klimafreundlichen Zukunft. Das ist das neue Wortfeld, was sich gerade auftut. Das ist gut so, aber reicht es aus? Was ist, wenn die Erderhitzung nur ein Symptom der Krise ist? So wie das Fieber, die erhöhte Temperatur, nur ein Symptom einer Krankheit ist. Die fiebersenkenden Mittel sind nicht die Mittel, die wirkliche Heilung bringen, sondern sie können nur die Heilung beschleunigen oder vorbereiten. Für die Heilung der Krankheit müssen wir an die Ursachen gehen. Ziele brauchen Taten, haben sie wunderbar entfaltet gerade, aber umgekehrt, Taten brauchen eine große Idee. Und auch die Festlegung von Zielen braucht eine überwölbende Idee und eine überwölbende Begrifflichkeit. Und das ist eigentlich das Thema, was ich jetzt sozusagen nach dieser Vorlage von Prof. Helling, Steilvorlage, sagt man in der Fußballersprache, heute Abend die nächsten 45 Minuten mit Ihnen kommunizieren möchte. Ich möchte also von der überwölbenden Idee Nachhaltigkeit sprechen, wie sie aufscheint, bevor wir sie runterbrechen, auf die zahllosen, kleinen, konkreten, jede für sich eminent wichtigen Problemlösungen. Um es ingenieursmäßig zu formulieren, Sie haben ja auch Ingenieure auf Ihrem Campus, es geht mir nicht um die Stellschrauben, sondern um das Aggregat. Oder um es mit der forstlichen Sprache auszudrücken, es geht mir um den Wald, den man manchmal vor lauter Bäumen nicht mehr sieht. Ich möchte das Begriffliche mit dem Sinnlichen verbinden und verweben. Also die Begriffe mit der Ästhetik. Und auch das scheint mir enorm wichtig, um von der Ebene des Denkens zur Ebene der Taten zu kommen. Dazwischen liegen die Emotionen und die Motivation. Ja, das Begriffliche mit dem Sinnlichen verweben. Sechs Bilder, ikonische Bilder, sage ich mal, habe ich für Sie mitgebracht. Das erste sehen Sie schon seit geraumer Zeit. Das Bild, das Sie vor sich haben, kommt aus der Romantik. Gemalt hat es vor knapp 200 Jahren Caspar David Friedrich. Sie sehen nur Wald. Waldbilder wie diese, bilden wir uns jedenfalls ein, sind typisch für den deutschen Wald, in dem wir uns heimisch fühlen. Kaspar David Friedrichs Baumbestand ist ein Kiefernforst, offensichtlich gepflanzt. Die Stämme sind schlank und hoch gewachsen, die Kronen gut ausgebildet und Licht und Himmel, also der Energie der Sonne, zugewandt. Die Sonne wird in Gestalt der Abendröte, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, hier, das ist dieser helle Streifen im mittleren Bild, stark hervorgehoben, der Waldboden, in dem die Kiefern wurzeln, trägt Blümchen, Mose, Gras und junge Bäume. Naturverjüngung, sagen die Forstleute in ihrer ungemein anschaulichen Sprache. Das ist die nächste Generation des Waldes. Naturverjüngung, noch heute üblich übrigens in der Forstsprache, Verjüngung war damals, als der Begriff geprägt wurde, die Eindeutschung des lateinischen Wortes Regeneration. Die Erhaltung der Regenerationsfähigkeit, darum geht es letztlich immer. Schaut man genau hin, so sind auf dem Bild zwei menschliche Gestalten sichtbar, jedenfalls wenn man das Bild etwas präziser und klarer auf dem Schirm hat. Sie sind sehr klein, in einer Haltung des Respekts angesichts der großen Natur, fast, könnte man sagen, demütig angesichts des großen kosmischen Phänomens der untergehenden Sonne. Der kleine Mensch in der großen Natur, ein Topos der Romantik und ich glaube, einer der großen Ideen aus dieser Epoche, den wir heute wieder ernst nehmen sollten. Wir werden gut beraten, wenn wir diese Aspekte von Romantik wieder in unser Bewusstsein integrieren. Alle redeten von Nachhaltigkeit, schon damals um 1800, allerdings nur in kleinen Kreisen. Die Forderung nach Conservation des Bois, so sagte man jenseits der Grenze in Frankreich, oder Managing the Forest in der englischen Sprache, entstand im europäischen Diskurs über die Krise der Ressource Holz. Es waren dann, also während des 18. Jahrhunderts, schon im 17. Jahrhundert eigentlich, es waren dann deutsche Forstleute, die im 18. Jahrhundert auf dieser Basis des Nachdenkens über die Krise der Wälder den Begriff Nachhaltigkeit prägten und zu ihrem heiligen Kral machten. Bis heute. Warum eigentlich? Um das zu verstehen, muss man wissen, Friedrichs Bild ist ein Idealbild, ein romantischer Traum. Die deutschen Wälder um 1800 sahen ganz und gar nicht so aus. Von Baumstümpfen geprägte Kahlschläge oder buschige Heideflächen waren die Regel. Die Wälder waren durch lange Phasen des Raubbaus schwer geschädigt. Auch dieses Wort Raubbau kommt aus dieser Epoche und zwar aus dem Bergbau. In Lateinamerika spricht man heute von Extraktivismo. Sie sehen also die Korrespondenz. Ich finde, das ist eine wunderbare Übersetzung dieses alten deutschen Wortes, das bisher wirklich kaum zu übersetzen war. Man sprach von Übernutzung, Overuse und so weiter. Aber Raubbau, Extraktivismo, da schließen sich auch wieder Kreise. Die Ursachen für diesen Raubbau war ein Komplex, die frühe Industrialisierung durch Erzbergbau und Erzverhüttung, Salinenwesen, also die Erzeugung von Salz, Glashütten, die Umnutzung von Wald zu Acker und Weideland unter dem Druck des Bevölkerungswachstums. Auch das immer eine Triebfeder für Raubbau und die Antworten darauf, nämlich in Form von nachhaltigen Konzepten, das Bevölkerungswachstum. Auch das ein Thema, was heute immer wieder auch unterschätzt wird. Der damit verbundene Energiehunger, das waren die Gründe für die Krise der Wälder. Die Energiekrise im alten Europa drehte sich um den damals noch zentralen Energieträger Holz. Die Forstleute dieser Zeit standen vor einer Riesenaufgabe. Sie hatten die Entwaldung ihrer Territorien zu stoppen und rückgängig zu machen. Ihre Vision war der ewige Wald. Wieder ein spirituelles Wort. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Sie kennen die theologische Redeweise. Gemeint ist der immer wieder verjüngte oder sich selbst verjüngende Wald, der für kommende Generationen, für alle kommenden Generationen dauerhaft sich regenerierende Wald. Der ewige Wald und auch das Wort, was damals verwendet wurde, die Stetigkeit der Holzversorgung. Das war die Vision. Heute sprechen US-Ökonomen von Steady State Economy. Sie hören die Korrespondenzen bis hin in die Wortwahl. Stetig steady. Steady State Economy, eine Ökonomie im Fließgleichgewicht. Es war ein System von Regulierungen, die die deutschen Forstleute entwarfen, um den deregulierten Raubbau an den Wäldern zu stoppen. Dieses System lässt sich auf eine ganz schlichte Faustformel bringen, nicht mehr Holzfällen als nachwächst. Das klingt erstmal banal, aber der Satz hat es in sich, er enthält die Polarität von Ökonomie, Holzfällen und Ökologie, Nachwachsen. Er verweist auf die quantitative Seite des Eingriffs in die Natur und zwar genauer gesagt auf die Begrenzungen dieses Eingriffs, nicht mehr Holzfällen als nachwächst. Er erklärt das Nachwachsen einer Ressource zum Maß, zum Maßstab, ja zur Voraussetzung ihrer Nutzung. Mit diesem Fokus auf das Nachwachsen kommt die Fruchtbarkeit der Waldböden ins Spiel. Die Bedeutung von Artenvielfalt und Wasserhaushalt, die Wirkung von Licht und Photosynthese, die Zeitzyklen von Natur und Kosmos, mit einem Wort die ganzheitliche Ökologie, um die Amazonas Bischöfe zu zitieren. Hier wird ein Maßstab verändert. Die Tragfähigkeit der Ökosysteme und nicht das Marktgesetz von Angebot und Nachfrage hat unseren Eingriff in den Haushalt der Natur zu bestimmen. Genau an diesem Punkt stoßen wir auf den Zusammenhang zwischen Nachhaltigkeit und Wachstum. Es geht um die Konservatio. So das lateinische Wurzelwort eigentlich, die Blaupause für den Nachhaltigkeitsbegriff den Schutz und die Bewahrung des naturalen Wachstums und zwar auf Dauer im Interesse der nachfolgenden Generationen. Das ist das, was wir den nachfolgenden Generationen zu hinterlassen haben. Die Integrität der Biosphäre. Nicht einen ausgeglichenen Haushalt. Das kann man mit einem Federstrich notfalls herbeiführen. Das nennt man dann Schuldentilgung. Es geht um das Wachstum, es geht also nicht um das Wachstum von Produktion und Konsum um das Bruttosozialprodukt einer Gesellschaft. Das Primat der Ökologie vor der Ökonomie gehört zum Wesenskern der Nachhaltigkeit. Der Imperativ wäre also die Zukunft vom Grün her zu denken von der Integrität der Biosphäre. Diese intakt zu halten ist der Kern des Prinzips Verantwortung. Schauen wir nach bei Karlowitz mit dem 1713 also 100 Jahre vor bevor dieses Bild gemalt worden ist die Begriffsbildung von Nachhaltigkeit begann. Wie spricht er über Natur? Ich paraphrasiere, die Natur ist milde. Das war damals synonym für freigebig. Milde. Es ist eine gütige Natur. Mater Natura. Mutter Natur. In Amazonien spricht man heute von Pachamama. Ein Wort aus der Inka-Sprache. das meint dasselbe, Mutter Natur. Karlowitz spricht von Wunder der Vegetation, von der lebendig machenden Kraft der Sonnen, von dem wundernswürdigen ernährenden Lebensgeist, den das Erdreich enthalte. Die Pflanze ist Korpus animatum, belebter Körper, welcher aus der Erde aufwechset, von selbiger seine Nahrung an sich zeugt, zieht, sich vergrößert und vermehret. Pflanzen sind Lebewesen. Heute sprechen wir von Biomasse. Sie hören die Unterschiede. Blättern wir weiter in dem Buch von Karlowitz, Silvi Cultura Ökonomica heißt das. Das darf man nicht mit ökonomischem Waldbau oder möglichst profitablen Waldbau übersetzen, sondern mit haushälterischem Waldbau. Es geht also um die Anpassung unserer Ökonomie an die Ökonomia Naturae, an die Haushaltung der Natur. Wie stellt sich in diesem Buch die Beziehung Mensch-Natur dar? Der Mensch muss der Vegetation der Erden hierunter zur Hilfe kommen, dabei aber niemals wieder die Natur handeln, sondern stets Zitat mit ihr agieren. Karlowitz sagt, dass die Konsumtion des Holzes sich im Rahmen dessen bewegen müsse, was der Waldraum zu zeugen und zu tragen vermag. Sustainable, tragfähig, auch hier hören Sie wieder, wie nah diese alte, die alte barocke Sprache schon an unserer Modernen ist. Oder umgekehrt, wie wir in der Neuzeit, in der Moderne oder Postmoderne sogar, wieder unbewusst zurückgreifen auf eine Weisheit, die in der Frühaufklärung, wir haben gerade gesprochen, schon angelegt war. Dass man das Holz, das so wichtig sei, wie das tägliche Brot, mit Behutsamkeit nutze, sodass eine Gleichheit zwischen dem An- und Zuwachs und dem Abtrieb, also der Ernte des Holzes, erfolgt und die Nutzung immerwährend kontinuierlich perpetuierlich also nachhaltig stattfinden könne. Deswegen sollen wir unsere Ökonomie also und dahin einrichten, dass wir keinen Mangel an Holz leiden und wo es abgetrieben ist, dahin trachten, wie an dessen Stelle Junges wieder wachsen möge. Einrichten ist wiederum eine Eindeutschung eines Fremdwortes. In Frankreich sprach man damals von Amanagement, in England von Management. Darin steckt das lateinische Wort Mancio, Manage Mancio, das heißt das Haus, der Haushalt, der Gutshof. Natürliche Ressourcen für die Verwendung im Haushalt Zurichten und Einrichten. Das ist das, was wir heute, ohne überhaupt drüber nachzudenken, mit Management daherreden. Aber was managen wir eigentlich? Wir managen nicht die Natur. Das ist, glaube ich, der Irrtum, auch dem wir heute wieder unterlegen. Wir managen unseren Eingriff in die Natur. Und dieser hat so zu erfolgen, dass junges Holz wieder wachsen kann. Die Verjüngung ist das Ziel. Karlowitz spricht von nachhaltender Nutzung. In diesem frühen Stadium der Begriffsbildung kommt etwas Wesentliches zur Sprache. Grammatikalisch – Sie entschuldigen, ich bin von Haus aus Germanist – diesen Exkurs – grammatikalisch haben wir hier ein Partizip Präsenz vor uns. Und das bezeichnet die Gleichzeitigkeit zweier Abläufe. Hier die Gleichzeitigkeit von Nachhalten und Nutzen. Hier kommt ein Denken in Polaritäten zum Ausdruck. Die Nutzung geschieht vor dem Hintergrund des Nachhaltens. Das Nachhalten ist in der Art der Nutzung verankert. Diese beiden zentralen Kategorien bilden gleichsam eine Ellipse mit zwei flexiblen Polen. Das Austarieren der beiden Pole ist von der jeweiligen historischen Situation abhängig. Aber sie müssen immer wieder neu zur Balance kommen, eine Balance finden. Das Denken gerät ins Vibrieren. Der Karlovitsche Urtext drückt das aktive Handeln und das systemische Denken in den Fokus. Gefordert ist in jeder Situation neu die Suche nach angemessenen Lösungen. Wie Sustain und Develop in eine Balance zu bekommen ist. Nachhaltigkeit ist eine Suchbewegung. Das war ja ihr Punkt gerade auch. Im Laufe der folgenden Jahrzehnte wurde Nachhaltigkeit immer wieder neu und erweitert definiert. Mein Favorit im Dickicht dieser Definition ist 200 Jahre alt, etwa zur Zeit von Kasper David Friedrichs Gemälde entstanden. Er findet sich in Johann Heinrich Kampes deutschem Wörterbuch. Johann Heinrich Kampes war kein Unbekannter in der Goethe Zeit, der Hauslehrer von Alexander von Humboldt und der Übersetzer des englischen Romans Robinson Crusoe. Sein Wörterbuch wo seine Definition von Nachhaltigkeit auftaucht erschien 1809 in Braunschweig. Kampes Definition Nachhaltigkeit ist das woran man sich hält wenn alles andere nicht mehr hält nur ein kurzer Satz aber er öffnet wiederum eine neue einen neuen Zugang zur tiefen Dimension des Wortes die schon bei Karlowitz angelegt war Nachhaltigkeit erscheint hier als Gegenbegriff zu Kollaps Ich glaube auch das ist eine Lehre die wir neu überdenken sollten ich glaube man sollte nicht über Kollaps reden ohne über Nachhaltigkeit zu reden aber auch nicht über Nachhaltigkeit ohne über die Gefahr des Kollaps zu reden Beides gehört zusammen Ja ein großer Sprung sowohl von der Perspektive als auch in der Zeit wie konnte Nachhaltigkeit ein Begriff aus der vormodernen Zeit aus dem kameralistischen Denken kleiner geschlossener eng begrenzter mitteleuropäischer Territorien urplötzlich explosionsartig in der globalisierten Welt des 20. Jahrhunderts diese fulminante Wirkung entfalten Wir sehen ein Foto aus dem Weltall das im Dezember 1972 während des letzten bemannten Mondflugs zur Erde von Apollo 17 gesendet wurde beziehungsweise aufgenommen wurde das wurde nicht zur Erde gesendet die haben tatsächlich eine Leica Kamera mit einem Diafilm an Bord gehabt und haben damit geknipst also so war das damals noch nicht digitalisiert auf diesem Bild und auf anderen NASA Fotos die in den Jahren vorher entstanden waren sah sich die Menschheit zum ersten Mal in ihrer Geschichte ganz und gar von außen ein epochales Ereignis schlagartig wurde man sich im Global Village wie man damals anfing zu sagen bewusst dass die Erde insgesamt ein geschlossenes begrenztes nur vom Licht der Sonne gespeistes Ökosystem darstellt der blaue Planet oder in der Sprache damals Spaceship Earth die Ikone unserer Epoche und mit dieser Ikone kamen die Grenzen des Wachstums in Sicht und damit der Zwang zur Selbstbeschränkung zur Nachhaltigkeit drei Schlüsselwörter gehören untrennbar zur zeitgenössischen Deutung dieses Bildes Die Augenzeugen die Astronauten und Kosmonauten sprachen von der grenzenlosen Majestät die das funkelnde weiße blau-weiße Juwel ausstrahlt als eine zarte Sphäre umgrenzt von langsam wirbelnden Schleiern steige die Erdkugel wie eine Perle unergründlich und geheimnisvoll aus einem tiefen Meer empor Schönheit ist das erste Schlüsselwort Eugene Cernon der Kommandant des Raumschiffes wo diese Aufnahme gemacht wurde sah beim Blick zurück vom Mond den schönsten Stern am Firmament The Most Beautiful Star in Heavens Alle Augenzeugen berichteten ferner und das ist die zweite Bestimmung von der zutiefst beunruhigenden Schwärze des Weltraums Die kalte Pracht der Sterne mache die absolute Einzigartigkeit der Erde bewusst Dieses Zitat einsame marmorierte etwas heißt es in einem Bericht sei unsere Heimat Auch wäre ein ganz aktueller Begriff Hier die sprechen vom Heimat Planeten Während wir durch das Sonnensystem reisen Einzigartigkeit wäre das zweite Schlüsselwort Only One Earth So hieß dann auch der erste UN Umwelt Gipfel Fragil Zart Verletzlich Zerbrechlich Das dritte Schlüsselwort bei der zeitgenössischen Deutung dieser Aufnahmen Da rückt die Biosphäre diese hauchdünne Schicht die allein das Leben auf dem blauen Planeten trägt ins Blickfeld Luftmassen Gewässer und Böden sind unsere einzige und einzigartige Lebensgrundlage aber sie sind verletzlich wenn wir sie über ihre Tragfähigkeit hinaus verbrauchen und kontaminieren kann das Netz des Lebens an wichtigen Stellen reißen und die menschliche Existenz gefährden nicht den Planeten aber unsere Existenz auf dem Planeten Schönheit Einzigartigkeit Zerbrechlichkeit der Erde im Schoß dieser Anschauung und Vorstellung hat sich das moderne Konzept Sustainable Development Nachhaltigkeit herauskristallisiert diese Vorstellungen diese Bilder und Denkbilder gehören zum rationalen emotionalen und spirituellen Kern von Nachhaltigkeit sie sind seine Matrix Matrix übrigens ist die Gebärmutter im März 1972 wenige Monate bevor dieses Bild entstand erschien das berühmte Zukunftsszenario des Club of Rome der Titel Grenzen des Wachstums dieser Bericht stand mit am Neustart des Begriffs Nachhaltigkeit Sustainable Development im 20. Jahrhundert und dort heißt es an einer zentralen Stelle We are searching for a model output that represents a world system that is first sustainable without sudden and uncontrollable collapse and secondly capable of satisfying the basic material requirements of all of its people ich komme darauf zurück auf diese Formulierung auch im Deutschen jetzt in diesem Kontext soweit ich sehen kann taucht das Wort sustainable zum ersten Mal in seiner modernen Bedeutung auf es geht also um ein Model ein Modell für die Zukunft das sustainable ist also und gegen und damit gegen einen plötzlichen und unkontrollierbaren Kollaps gefeit wie bei Kampel 200 Jahre vorher Nachhaltigkeit Sustainability als Gegenbegriff Gegenpol zu Kollaps Das ist das eine die Resilienz des Modells das zweite dieses Modell soll gleichzeitig die Basic Material Requirements also die Grundbedürfnisse of all of its people aller Menschen des Planeten sichern und ich glaube ich taste mich langsam heran an ihr Thema Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit es geht immer um das Recht aller für alle auf eine nachhaltige Zukunft wieder erscheint sustainable als Gegenbegriff zu Kollaps das Leitbild verweist auf das was auf lange Sicht über die Kette der Generationen hinweg tragfähig ist es bündelt die Lösungsansätze es rückt das konstruktive und lebensbejahende Denken und Handeln in den Fokus Nachhaltigkeit ist im Kern ein ethisches Prinzip und zwar meine These das wichtigste das wir im 21. Jahrhundert haben Allerdings wir und ganz besonders meine Generation wir haben ja hier unterschiedliche Generationen Gott sei Dank auch im Saal im Raum meine Generation war es gewohnt in Kategorien von Rechten und Freiheiten zu denken und zu fühlen und zu handeln Nachhaltigkeit dagegen ist primär ein Diskurs über unsere Verantwortung und unsere Pflichten ich glaube unsere Pflichten gegenüber den nachfolgenden Generationen nämlich und der Verantwortung ich glaube genau das macht das Konzept Nachhaltigkeit zu sperrig es ist nicht das Wort was ein bisschen schwierig besonders für Leute die Deutsch nicht als Muttersprache auszusprechen ist das ist nicht die Sperrigkeit dieses Umdenken von Selbstverständlichkeiten wie wir Rechte und Freiheiten wahrnehmen bis hin zum Recht auf Konsum vom Recht auf die Fernreise zweimal im Jahr das gilt ja schon fast als Menschenrecht also von diesem Denkschema müssen wir uns lösen ja ein nächstes ästhetisches Bild was ist das Menschenbild der Nachhaltigkeit welche Züge trägt Homo Sustenens im Gegensatz zu Homo Ökonomikus auch dieses Bild gehört für mich zu den Ikonen der Nachhaltigkeit viele von ihnen haben es sofort erkannt Lomki Marsch ein Meisterwerk des Schweizer Bildhauers Alberto Giacometti also von Rubens ist das also ja das sieht man sofort von Rubens ist es nicht entstanden ist diese Skulptur 1960 also zu Beginn der Ära der Mondflüge es war gleichzeitig der Beginn unserer modernen Konsumgesellschaft also des großen Take-off ja zur Beschleunigung des Verbrauchs in allen aller Ressourcen und aller Konsumgüter die wir da mit diesen Ressourcen produzieren es war nichts zu vergessen gleichzeitig der Beginn der Kritik an dieser Lebensweise ich erinnere an Schriften wie der Stumme Frühling oder wenig später Rachel Karlsson natürlich oder wenig später haben oder sein Erich Fromm oder auch Prinzip Verantwortung Hans Jonas zu sehen ist nichts weiter als die Gestalt eines Mannes der einen Schritt nach vorne macht alles auf das Wesentliche reduziert die Skulptur erfasst den gehenden in dem Sekundenbruchteil als der hintere Fuß vom Boden abhebt während der andere weit nach vorne schwingt und aufsetzt aus der Mitte seines Körpers aus der Hüfte holt er sozusagen die Kraft für den nächsten Schritt raumöffnend raumbildend zielstrebig selbstsicher da geht kein Muskelprotz sondern eine hagere man könnte ironisch sagen drahtige Gestalt die Hervorhebung der langen Gliedmaßen öffnet den Blick für den Energiefluss der jeden Menschen beim Gehen durchströmt die Akomete Skulptur verkörpert die reine Bewegung die Dynamik der Vorwärtsbewegung aus eigener Kraft die Würde des aufrechten Gangs übrigens eine Metapher uralte Metapher schon aus der Antike überliefert für Freiheit Giacomettes Wanderer hat etwas Asketisches er geht nach vorn gebeugt gegen den Wind sein Weg so wirkt es ist steinig sein Ziel nicht spielerisch zu erreichen die praktische Erfahrung von Resilienz ist dieser Figur eingeschrieben Resilienz auch das ein Wort was sich auf das Wortfeld der Nachhaltigkeit holen möchte ist die Fähigkeit eines Individuums oder eines Systems Schocks und Krisen zu bewältigen und daraus gestärkt und erneuert hervorzugehen in diesem Licht erscheint der Wanderer von Giacometti als Homo Sustenens als Ikone der Nachhaltigkeit deren Schlüsselfrage ist was brauchst du wirklich und dann das was man wirklich braucht naturverträglich sparsam und effizient zu erzeugen mit anderen zu teilen und zu genießen darum geht es bei jeder Nachhaltigkeitsstrategie natürlich wissen wir nicht welche Bedürfnisse die Generationen die in ferner Zukunft uns nachfolgen haben werden aber die Basic Needs die Luft zum Atmen das Wasser zum Trinken und so weiter die werden dieselben sein das Wandbild das Waldbild von Friedrich das NASA Foto und Giacomettis Wanderer sind für mich komplementär nur eine Welt nur ein Leben die Liebeserklärung an den blauen Planeten ergänzt sich mit dem Respekt vor dem Biotop vor der eigenen Haustür und mit dem Stolz auf die menschliche Würde und Fähigkeit zur Freiheit Ja das ist unbekannter glaube ich aber auch noch einmal Giacometti Om debout is soleil der aufrechte Mensch und die Sonne 1963 wirkt wie eine Fortsetzung des Lomki Marsch die dynamisch fließende Bewegung des Wanderers ist zum Stellstand gekommen der Mann steht debout aufrecht nur die Arme hält er gebeugt in einer Gebärde des Auffangens des Empfangens doch neben der vertikalen Achse hat dieses Bild gleich zweifach eine horizontale einmal sind es die Linien des Erdbodens auf dem die Figur fest und sicher steht zum anderen und das ist dominant die Blickachse des Sehenden des Stehenden auf Augenhöhe steht er einem mit ein paar Strichen gezeichneten Sonnenball gegenüber sein Kopf Sitz des Geistes kommuniziert mit der Sonne Queller der unerschöpflichen Energie die das Leben auf unserem Planeten erzeugt hat und mit jedem Sonnenstrahl neu speist die Fähigkeit aufrecht zu gehen und zu stehen ist nur dem Menschen gegeben sie verleiht ihm die Möglichkeit vorauszuschauen und vorzusorgen sie gewährt ihm den Blick nach oben in den Himmel in die Sphäre des Spirituellen sie ist die Signatur seiner Freiheit der freie Mensch aber hat eine Verpflichtung immer wieder Maß zu nehmen an den Urphänomenen Goethe den Kräften von Natur und Kosmos die uns halten und tragen wenn alles andere nicht mehr trägt vor uns steht wieder eine Aufgabe den Raubbau an der Natur zu beenden in unsere moderne Sprache übersetzt den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren und zwar drastisch doch Nachhaltigkeit hat immer auch eine andere Konstante das ist die Suche nach der Qualität eines Menschenwürdigen eines Lebenswerten eines Gelingenden eines guten Lebens ich nähere mich immer weiter an die Fragestellung ihrer Reihe an dieses Streben hat nun sehr wohl mit Wachstum Aufstieg und Fülle zu tun ohne diese Dimension ist Leben auf Dauer tatsächlich nicht lebenswert und nicht lebbar doch etwas qualitativ anderes ist gemeint als das Wachstum der Kaufkraft das Wachstum des Bruttosozialprodukts hier geht es um das persönliche Wachstum eines jeden Individuums um das Erlebnis von Schönheit Vielfalt und Buntheit in der Natur in den zwischenmenschlichen Beziehungen in den Kulturen der Welt mit einem Wort um Lebensqualität da sind nun keinerlei Grenzen des Wachstums gezogen in diesen Spielraum lockt uns die Verheißung des guten Lebens für alle die Welt hat genug für jedermanns Bedürfnisse aber nicht für jedermanns Gier Mahatma Gandhi das Passwort hier heißt Genügsamkeit oder besser das Wissen um das Genug ist Basistugend einer nachhaltigen Lebenskunst diese Gesellschaft die nachhaltige Gesellschaft wird egalitärer sein als unsere heutige oder ein Traum bleiben noch mal ein Blick aus dem vom Mond dieses Foto trägt den Titel Earth Rise Heiligabend 1968 aufgenommen es verkörpert wie kein anderes die Aufbruchstimmung jener Zeit die Anstrengungen der Weltgemeinschaft zur Bewahrung der natürlichen Lebensgrundlagen und einer lebensfreundlichen Biosphäre manifestierten sich in den Slogans der UN-Umweltgipfel die damals anfingen nur eine Welt 1972 Stockholm unsere gemeinsame Zukunft Brundland Bericht 1987 Umwelt und Entwicklung Rio 1972 mit der weltweiten Etablierung dieses Leitbilds bahnte sich ein Paradigmen Wechsel ab weg von der Geopolitik den Machtspielchen hin zur Erdpolitik Weizsäcker Ernst-Ulrich von Weizsäcker 1994 Earth Politics angesichts des gegenwärtigen reaktionären Rollbacks wo die Geopolitik auf einmal wieder dominiert erinnere ich an die vielfältigen Suchbewegungen die sich auf dieser Basis global und lokal bildeten und neu bilden die Parole global denken lokal handeln natürlich auch regional ich glaube diese Parole ist heute wieder die Basis für einen tragfähigen Begriff von Heimat nach dem wir ja auch intensiv suchen die Sorge um den eigenen Garten um den Flecken Wildnis vor der Haustür um den nachbarschaftlichen Zusammenhalt in den Gemeinwesen und den Regionen und die Sorge um das Schicksal unseres gemeinsamen Heimatplaneten sind komplementär in diesem Kontext kam ein weiteres Wort in den Diskurs über Nachhaltigkeit Konvivial es ist ein Schlüsselwort im Denken von Ivan Ilic ich weiß nicht ob dieser Name präsent ist ist von 10 12 Jahren gestorben ein eigensinniger katholischer Priester und Befreiungstheologe und Philosoph hat Konvivialität aus der Perspektive der Dörfer und Favelas des globalen Südens neu konzipiert es geht um die Kunst des friedlichen und kreativen Zusammenlebens in den Gemeinwesen Elic Elic hatte tiefe Wurzeln in dem wie er sagte abendländischen Europa geboren 1926 in Wien gestorben 2002 in Bremen und so weiter das lasse ich jetzt mal aus Anfang der 70er Jahre zeitgleich mit dem Club of Rome stellte Elic das westliche Mantra von Wachstum Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit auf den Prüfstand sein Befund Zitat eine Gesellschaft die unter der maximalen Befriedigung der größten Zahl von Menschen den maximalen Konsum industrieller Erzeugnisse versteht beschneidet die Autonomie des Einzelnen auf unerträglicher Weise Zitat Ende und weiter das weitere Wachstum muss notgedrungen in einer multiplen Krise enden das ist genau das was wir heute erleben seine Forderung Zitat dass man Menschen nicht auf ein Leben im Dienste von Maschinen abrichtet die tiefen Struktur unserer Werkzeuge müsse überdacht und wieder verändert werden um das Gegenteil der industriellen Produktivität zu bezeichnen wählt Illich den Begriff Konvivialität und konviviale Werkzeuge Werkzeuge sind dann konvivial wenn sie jedem der sie benutzt die bestmögliche Gelegenheit bietet die Umwelt mit den Ergebnissen seiner Visionen zu bereichern Zitat Ende vergleichen sie diesen Satz mit dem gegenwärtigen Diskurs über die Digitalisierung die neue Technologie erscheint dort als Technofuturismus niemand kommt auf die Idee ihren potenziellen Wert für die Ziele von Gruppen und menschlichen Gemeinschaften zu bestimmen und sie diesen Zielen unterzuordnen für Illich ist Konvivialität individuelle Freiheit die sich in persönlicher Interdependenz verwirklicht und damit ein immanenter ethischer Wert Gemeint ist vor allem ein Zurückgehen bis zu der Weggabelung an der die Menschheit den Irrweg in eine sklavische Abhängigkeit vom Industrialismus eingeschlagen hat ein Zurückgehen um von dieser Gabelung aus gangbare Wege in eine andere Zukunft eine andere Welt zu wählen Ich erinnere hier an eine aktuelle Debatte in Lateinamerika sie wird unter dem Stichwort Buenbevier geführt deren Anfänge lagen in den indigenen Dorfgemeinschaften des Amazonas Raumes dort waren die uralten Mythen aus der Zeit der Inkas noch nicht völlig vergessen die Natur verehrten sie als Pachamama Matanatura die ihren Kindern alles schenkt was sie zum Leben brauchen ihren Lebensentwurf bezeichneten sie als Sumac Cavzai gut leben aus diesem Begriff der Quechua Sprache formte der äquadorianische Ökonom und Politiker Alberto Acosta ein neues kulturelles Leitbild Buenbevier das Recht auf ein gutes Leben wiederum für alle Acosta war damals Bergbauminister Mitinitiator der weltweit beachteten Kampagne im Yasuni Nationalpark Lass das Erdöl in der Erde Buenbevier hat Alberto Acosta so auf den Punkt gebracht tiefe Verbundenheit Harmonie mit der Natur mit der Gemeinschaft mit sich selbst das gute Leben umfasst das Konzept der Gemeingüter und die Idee der Gabe es besteht aus Beziehungsketten die auf Gegenseitigkeit beruhen heute arbeite ich für dich morgen oder irgendwann arbeitest du für mich Buenbevier ist die radikale Demokratie verbunden mit tiefer Ökologie das Beharren auf den Menschenrechten für alle mit den Rechten der Natur ich denke dass aus der Perspektive von Konvivialität und Buenbevier die Frage nach der sozialen Gerechtigkeit im 21. Jahrhundert neu gestellt werden kann es geht nicht um die globale Ausbreitung einer zerstörerischen und selbstzerstörerischen Konsumgesellschaft nicht um die permanente Steigerung der Kaufkraft auch nicht um die größtmögliche Annäherung an den Lebensstil der Reichen oder Superreichen es geht nicht um das permanente Wachstum des Bruttosozialproduktes dazu bräuchten wir bekanntlich zwei, drei oder mehr blaue Planeten die Schlüsselfrage der Zukunft ist der Glücksindex das Recht auf ein gutes Leben für alle das die Rechte der Natur auf Integrität mit einschließt mein letztes Bild Anfang Februar 2019 einer Demonstration von Fridays for Future Schauplatz ist Frankfurt am Main leuchtende Augen offene Münder jemand hat den blauen Planeten auf sein oder ihr Schild mitgemalt Eispole statt Braunkohle a hot earth is not cool und so weiter Selfies werden gemacht ein junges Mädchen aus der ersten Reihe hält ein lindgrünes selbstgebasteltes Stück Pappe schräg in die Kamera another world is possible possible groß geschrieben eine andere Welt ist möglich lange nicht mehr gehört da taucht urplötzlich diese alte Parole wieder auf mit neuer Energie geladen inmitten dieses jugendlichen Stimmengewirr's wirkt sie kein bisschen abgedroschen oder gestrig die Parole von der anderen Welt geht aufs große Ganze wie das Prinzip Nachhaltigkeit wie die Rede von der großen Transformation eine andere Welt ist möglich öffnet unsere Pforten der Wahrnehmung für einen für einen Möglichkeiten Raum und dessen Energien und Potenziale der Schlüssel für das Betreten von Möglichkeitsräumen liegt freilich nicht isoliert im kognitiven Bereich an dieser entscheidenden Stelle kommt das Reich der Emotionen der Sinnlichkeit und der Werte ins Spiel mit diesem Sensorium arbeiten die Pull-Faktoren die uns in den Möglichkeitsraum hineinziehen erst so erschließen wir uns ein Spektrum von Verhaltens und Handlungsoptionen Greta Thunbergs Act in Davos herausgeschrien sozusagen auf diesem Forum der Reichen und Superreichen erfolgt letztlich immer auf der Basis von Gefühlen und so rückt Empathie in den Kern der Nachhaltigkeitsstrategie sie ist eine erneuerbare Ressource von deren Wachstum alles abhängt wir brauchen sie in Zukunft dringender als seltene Erden oder Algorithmen besonders dringend aber brauchen wir eine neue empathische Beziehung zur Natur zur Biosphäre zu dieser hauchdünnen lebensspendenden Hülle des blauen Planeten das Naturschutz Leitbild Natur Natur sein lassen viel weiter und viel großzügiger zu denken und großräumiger darin liegt ein Schlüssel zu unserem Überleben die heutigen Ansätze von ökologischem Landbau und Waldbau von neuen Formen des einfachen Lebens von einer ressourcenleichteren Zivilisation haben tiefe Wurzeln in unserem kulturellen Erbe Goethe und damit endlich hat sich sein Leben lang in der wilden und freien Natur bewegt sich in ihre Stimmungen versetzt die Resonanzen gespürt und zur Sprache gebracht über seine intime Beziehung zum Wilden hat er ein Gedicht geschrieben es heißt einsamste Wildnis heißt das Gedicht es beginnt mit den Versen ich sah die Welt mit liebevollen Blicken und Welt und ich wir schwelgten im Entzücken das ist exakt die Gegenperspektive zu dem Tunnelblick auf die Krisen und Katastrophen der uns heute zu lähmen droht die jungen Klima Aktivistinnen und Aktivisten in Frankfurt ich wünsche ihnen für die Zukunft und ich wünsche ihnen allen uns allen für die Zukunft eine große Portion von diesem Spirit die Aufschrift auf dem Pappschild da im Vordergrund hat übrigens einen Zusatz we are unstoppable wir sind nicht aufzuhalten wow bange machen gilt nicht ich danke ihnen sehr fürs zuhören applaudi applaudi Vielen Dank.